Dieses Video wurde produziert vom DCI Institute und basiert auf dem Buch Digital Business Modeling. Eine Geschäftsmodellmechanik beschreibt, in welche Richtungen Leistungen und Gratifikationen verlaufen und in welchen Schritten dies geschieht. Dadurch werden Logiken definiert, die vollständige Kreisläufe zwischen Digitalsystemen beschreiben. Erst mit der Mechanik wird es möglich, wirklich zu erkennen, wie Wert geschaffen und wie dieser zwischen den Performancegruppen verteilt wird. Nachdem die Leistungen, die Gratifikationen und die Performancegruppen im Framework positioniert wurden und somit die Architektur festgelegt ist, wird jetzt dargestellt, in welche Richtungen die Leistungen und Gratifikationen jeweils verlaufen. Dabei gibt es immer eine Inside-Out- oder Outside-In-Variante. In einem optimalen Modell entsteht zwischen den Seiten und durch die Plattform hindurch ein harmonischer Kreislauf. Je einfacher dieser Kreislauf dargestellt werden kann, umso besser sind die Chancen auf Erfolg, weil dann auch die Performancegruppen oder potenzielle Investoren gut nachvollziehen können, wie Wert geschaffen und welcher Wert für wen realisiert wird. Ist dies erledigt, werden im nächsten Schritt konkrete Abfolgen festgelegt. Je besser dies in einem Modell beschrieben werden kann, umso besser können Abläufe dann auch in Software-Code überführt werden. Denn bei digitalen Geschäftsmodellen müssen alle Leistungen digital und damit durch Software erbracht werden. Die Mechanik legt immer auch die individuelle Ausgestaltung der Modelle und damit eine strategische Differenzierung fest. Sieht man sich zum Beispiel die Modelle von Spotify und Soundcloud an, dann sind diese von der Architektur her nahezu identisch. Die Mechanik ist aber verschieden, da die Gratifikationen komplett anders verlaufen. Beim Premium-Modell zahlt bei Spotify der User und bei Soundcloud der Künstler. Hat Ihnen das Video gefallen? Dann teilen und liken Sie es doch!